ASV-Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Beim gestrigen Training des Hamburger SV konnte nahezu der gesamte Kader das volle Programm absolvieren. Besonders erfreulich für die Mannschaft war die Rückkehr von Torwart Daniel Heuer-Fernandes, der nach einer Adduktorenzerrung wieder vollständig am Training teilnahm. Der Stammkeeper hatte die letzten Spiele verletzungsbedingt aussetzen müssen, doch seine Rückkehr ins Training deutet darauf hin, dass er schon bald wieder zwischen den Pfosten stehen könnte. Lediglich zwei Spieler fehlten weiterhin krankheitsbedingt, Fabio Balde und Lukas Poreba. Beide mussten aufgrund ihrer Erkrankungen erneut pausieren, was sie in den kommenden Tagen möglicherweise auch für das nächste Ligaspiel fraglich macht. Mit Heuer-Fernandes zurück im Training und dem Großteil des Teams fit befindet sich der HSV in guter Verfassung für die kommenden Aufgaben, während die erkrankten Spieler hoffentlich bald wieder einsatzbereit sein werden. Steffen Baumgart äußerte sich vor dem kommenden Spiel über den aktuellen Personalstand beim HSV. Fabio Balde und Lukas Poreba sind krankheitsbedingt weiterhin nicht einsatzfähig und konnten keinen vollen Trainingstag absolvieren. Daher werden beide Spieler nicht im Kader stehen. Auch Sebastian Schonlau musste gesteuert werden, jedoch wird er aller Voraussicht nach dabei sein, wenn alles nach Plan verläuft. Zudem gibt es positive Nachrichten von Daniel Heuer-Fernandes und Jatta. Beide haben im Training keine Rückschläge erlitten und sind auf einem guten Weg. Baumgart gab außerdem an, dass aktuell davon ausgegangen wird, dass Heuer-Fernandes im Tor stehen kann, wenn er auch das Abschlusstraining ohne Probleme absolvieren kann. Fabio Balde hat seine erste Einladung für die deutsche U20-Nationalmannschaft erhalten. Der junge HSV-Spieler wurde von Trainer Hannes Wolf für die anstehenden Länderspiele gegen Polen am 11. Oktober und Ghana am 14. Oktober nominiert. Diese Berufung stellt einen wichtigen Meilenstein in Baldes Karriere dar, der kürzlich seinen deutschen Pass erhalten hat und nun eine neue Phase im deutschen Fußball beginnt. Mit dieser Nominierung wird Baldé die Chance haben, sich auf internationaler Bühne zu beweisen und sich für zukünftige Aufgaben in den höheren Nationalteams zu empfehlen. Beim Hamburger SV hat Baldé bereits auf sich aufmerksam gemacht und wird nun auch im DFB-Trikot sein Talent unter Beweis stellen können. Die Verkürzung der Dopingsperre von Paul Pogba auf 18 Monate durch den CAS hat in der Fußballwelt Wellen geschlagen. Besonders im Vergleich zu Mario Vuskovic, dessen Strafe auf vier Jahre verlängert wurde, sehen viele diese Entscheidung als problematisch. Der Fall wirft Fragen auf, ob hier mit unterschiedlichen Maßstäben gearbeitet wurde. Pogba's Fall betraf die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels aus den USA, während bei Vuskovic der Verdacht auf den Missbrauch von EPO besteht, einer leistungssteigernden Substanz. Trotz der Unterschiede in den Details der Fälle bleibt das Urteil für Vuskovic schwer nachvollziehbar, vor allem wenn der CAS in ähnlichen Fällen weniger harte Strafen verhängt hat. Diese unterschiedlichen Handhabungen schüren Zweifel an der Gleichbehandlung der Athleten und am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der für die Gerechtigkeit eines Urteils essentiell ist. Der Kontrast zwischen den beiden Urteilen lässt bei vielen die Frage aufkommen, wie fair und konsequent der CAS in solchen Fällen tatsächlich agiert. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.